So, sind wir jetzt zum nächsten Rohr mit Doppelgeschoss. Geht wieder in beide Richtungen. 37 Gramm diesmal, davor war 80. Wo ist denn das überall rausgeschossen? Hey, das war irgendwie anders ausgeplant. Ist das wirklich aus dem Enten rausgegangen? Komisch, das sah aus als wenn er hier rausgekommen ist, wo die Zinschnur war. Na Fokus, der mag auch nicht gerade. Tschüss, bis zum nächsten Video.